Es gibt die sogenannte Clown-Lach-Therapie im Klinik-Zirkus, im Klinik-Alltag. Vielleicht gibt es mal irgendwie so den Bär-Smile-Alltag im Klinikum, dass da mehr Laune reinkommt und die Leute sich freuen. Denn wenn sich die Leute freuen, wirkt das endorphinös, positiv auf den Organismus. Stimmt's, Frau Dr. Klinik? Entschuldigung, Frau Dr. Bär? Auf jeden Fall. Ist so, das ist so, das ist bewiesen. Darum gibt es ja auch die Klinik-Clowns. Und da ist ein Touch davon, die Bär-Klinik-Doktorin. Wird das der nächste Bär für die Klinik? Nein, nicht für die Klinik. Sondern? So, zum Sitzen, auf Sofa. Auf Sofa. Einfach so. Einfach so. Handmade Bavaria Nürnberg. Fürth.